Willkommen zurück zum Konflikt auf Playstation 3! Man sieht nichts, der was verliert, was mit der Unterhose und dem ganzen heißen Block und der, unser heißer Block da, der ist lang, schwarz, also draußen ist dunkel und kalt, sehr kalt und die Nigers sind draußen So, nach 15 Minuten Spiel, ich bin bei 14, der Dani bei 14 und der Edi bei 13 Na, umgekehrt, der Dani ist bei 13 und der Edi bei 14, ja, jetzt schaut's ein bisschen anders aus Ja, leider, Michelle von Round 1 hat's schon wieder verloren, ja, das muss sein Siegabuße, es tut mir leid Ja, meine lieben Kinder, ein fairer Sportmann steht seine, ich schau noch nie, ich bin gar nie schuld, nein also sein Wettschulden Man kann das leider nicht ändern wie es ist dass ich ein bisschen kein Parfellmüme habe Habe ich ein bisschen die Garanz ähm Ich habe den Motor nicht angeschissen, nein Ok Er ist tatsächlich im Freien bei 3 Grad oder bei 2, sehr wurscht Er macht jetzt auf für den Sport Ok, Autokomposiert, jetzt läuft er noch dran Hi, Running Boy Ja Running through the way Los Jetzt geht's hier Buster aus Hahahaha 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 Wo rennt denn der hin, oder der rennt ganz viele Hahahaha Hahahaha Wir sehen nichts, wir müssen da oben gehen Warte Hahahaha Da kommt er schon Hahahaha 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 Und, ist es ein befreiendes Gefühl? Es ist befreiend Erfrischend Zum Rauchen hier jetzt auf Hahahaha Hahahaha Schau mal Schöne Boxschort Boah, ist der sexy Hahahaha Ja, aber ist der kleine David weg Hä? Der kleine David, ist so kalt Hahahaha 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 Wir sehen uns beim...